Wir beginnen mit der Samsung EG Kühlgefrierkombination. Diese Kühlgefrierkombination ist 1,78 Meter hoch und hat ein Fassungsvermögen von 321 Litern. Dieses Modell bietet ausreichend Platz, um Lebensmittel für zwei bis drei Personen zu verstauen. Energiesparende LED-Röhren beleuchten das Innere des Kühlschranks von oben. Die Kühl-Gefrierkombination verfügt über Total-No-Frost-Funktion, sodass ein manuelles Abtauen entfällt. Die Total-No-Frost-Technologie leitet Feuchtigkeit von innen nach außen, sodass sich kein Eis bildet. Die Temperatur lässt sich einfach und intuitiv über das übersichtliche LED-Display regeln. Es ist mit einer Touch-Button-Bedienung ausgestattet. Mit Energieeffizienzklasse E und 37 Dezibel Lautstärke arbeitet die Kühl-Gefrierkombination sparsam und leise. Dank integriertem Griff und reduzierter Rückwand sollte das Gerät auch in kleine Küchen passen. Die Kühl-Gefrierkombination von Samsung ist mit einem Digital-Inverter-Kompressor ausgestattet, der sechs Leistungsstufen aufweist. Im Inneren des Kühlschranks befinden sich Sensoren, die Temperaturschwankungen messen, wie sie durch das Öffnen der Türen entstehen.